So, jetzt entspann dich doch erstmal. Du meinst also, du warst ein Herzenswunsch? Ach ja, Herr Doktor. Zuerst war ich der absolute Lieblingsschuh. Ach, so schön rosa, blinkie, blinkie, so süß. Hab unbedingt her müssen. Klingt doch gut. Und jetzt noch ein paar Mal tragen, voll abserviert. Total uncool. Krasser Augenkrebs, absolutes No-Go. Das ist ja schrecklich. Ja, das ist doch voll das Schuhmobbing. Ich muss doch eine zweite Chance bekommen. Da kann nur einer helfen. Der orange AWM-Container. Oh ja. Bringen auch Sie Ihre Altkleider zu den Orangen-Altkleider-Containern vom AWM, dem Abfallwirtschaftsbetrieb München. Wir sorgen dafür, dass sie sinnvoll wiederverwendet werden. Alle Standplätze der Orangen-Container finden Sie auf awm-muenchen.de. AWM. Ihre Altkleider. Unsere Verantwortung.